Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kommanden quer Jetzt kommen wir aber langsam zum Finale Schon die vorletzte Mission Territorium für den Angriff auswählen Botswana Und natürlich am Schluss Südafrika Oh ich hab hier noch was Zu trinken, sehr gut Du wirst die Zentrale stürmen Und uns die Kurz aus den Datenbanken übermitteln Sei standhaft, lass dich nicht beirren Egal wie hoch der Preis ist Und neues Video kennen wir noch nicht No, 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 no burst No, no, no Der Ionkanone, die haben wir einmal benutzt in der GDI-Kampagne Jetzt sind wir schon Immer am Schluss halt Okay Eigentlich, da ist es cool, wunderschön Ja, wir gucken mal kurz hier oben Das ist natürlich Scheibenkleister Oh nein, es greift nicht an, ne Kann ich da durch Oh warte, ich hab ne gute Idee Nein, nicht da lang fahren Guck mal, wir haben sie sich Okay Ah, guck mal, sie verfolgen Wen verfolgen die denn Ach, das Moppet hier, ne Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt In Ordnung In Ordnung Breche auf Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Wir lassen niemanden zurück, keine Sorge, Moppy. Gib Gas, Moppy, schnell, bevor die Brücke und nur ich weichlich. Scheiße, nicht mehr überfahren werden kann. Niemand kann mir das vormachen. Ich bin einfach der Beste. Oh, ein Großkraftwerk, das ist sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass wir eine Atombombe bekommen. Oh, jetzt sagt ihr nicht, dass noch Übergang ist. Neue Bauoption. Jawohl, direkt noch einen. Wird gebaut. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Bestätigt. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Weißt du, wenn man GDI spielt, ist die ganze Karte geflastert von Nord-Truppen. Wird gebaut. Wird gebaut. Genau, jetzt bunkern wir uns erst mal ein hier. Jawohl, zahle. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Guck mal, allein, dass wir die schon nicht mehr hier haben. Die hätten mir eine ganze Truppe hier platt gemacht. Konstruktion fertig. Energieniveau kritisch. Ja, ja. Wird gebaut. 700 und das kostet 300. Ich weiß gar nicht, ob das viel mehr Strom macht. Das macht 200. Guck mal. Das lohnt sich gar nicht. Ja? Also es ist alles teurer. Weil, guck mal, ein Cocker, die Preise sind gestört, oder? Es hat weniger Platz verschwendend. Aber dann doch lieber kleine bauen. Es sieht natürlich cooler aus. Wir können das mal machen. Aber jetzt nicht. So, machen wir es mal Flugfeld. Speichern wir mal. Jawohl, in Ordnung. Verständlich. Breche auf. Oh, nein. Breche auf. Breche auf. Jawohl, zahle. Na toll. Na gut. Jawohl, zahle. Wir müssen das noch eine Brücke dicht machen. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Konstruktion fertig. Breche auf. Bestätigt. Ich hoffe, wir können den Laser bauen. Wehe, wir können nicht den Laser bauen. Dann rastet ich aus. Weiter auch. Das steht nur noch. Äh. Über die Werkstatt gibt es, glaube ich, nur... Konstruktion taktisch. Aha. Oh, Gott sei Dank. Obelisk des Lichts. Obelisk des Lichts. Wir bringen Licht. Zu den armen Menschen. In dieser Welt. Rotes Licht. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, das war es für uns. Ich glaube, selbst mit dem Mobiliski werden wir es nicht schaffen. Gut, dass das jetzt erst mal... Einheit verloren. Konstruktion... Ah. Wird gebaut. Energieniveau kritisch. Gestoppt. Abgebrochen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Gestoppt. Abgebrochen. Wird gebaut. Jawohl. In Ordnung. Konstruktion fertig. Just do it up. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. So, ein Flammeffel gegen diese Lappen da oben. Falls die rankommen. So, jetzt noch ein Obeliskus Licht. Und dann müssen wir mal ein bisschen in ein Sibirium reinkommen. Also, da können wir zumachen. Aber da... Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Werkstatt baue, kann ich noch ein Mobilis-Baufahrzeug bauen. Konstruktion faktisch. Ach, scheiße. Das war nebeneinander, ne? Reparatur läuft. Jetzt gibt es gleich bestimmt wieder einen Ionschlag. Passt auf. Guck mal, schön, oder? Ist eigentlich das gleiche, nur mit ein bisschen mehr. Konstruktion faktisch. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Bestätigt. Konstruktion faktisch. Jawohl, Sir. Ja, jetzt sind wir halt hier. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Brecher auf. So, das ist jetzt unser Problem. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Geldmittel uns... Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Brecher auf. Jawohl, Sir. Brecher auf. Bestätigt. Ja, wir können den Laser benutzen. Aber... Bestätigt. In Ordnung. So geht's auch. Brecher auf. In Ordnung. Brecher auf. Brecher auf. Oh mein, jetzt gleich gibt's bestimmt einen toten Laser. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, das ist so gut. Was tut mir? Ja, wir können den Laser benutzen. 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 Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Konstruktion fertig. Nord repariert keine Einheiten. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Konstruktion fertig. So, ich speichere mal. Verstärkungen sind eingetroffen. Bild mit der Röste. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Bestätigt. Ja, wir müssen jetzt mal hier die ausklipsen und lassen Mammut. Ja, wir müssen jetzt mal unsere Sammler noch ein bisschen sammeln lassen. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Gestoppt. Abgebrochen. Brauchen wir lieber noch eine Raffinerie. Jawohl, alle Strafungen sind eingetroffen. Recher auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Recher auf. Ist ein bisschen schnell das Spiel, aber. Achso, jetzt. Man, ich finde es so schön, wie das wächst. Geldmittel unzureichend. Ja, ich denke mal, Tiberium ernährt sich von biologischer Masse und allem. Saugt alles auf und macht daraus Kristalle. Ne, ne, ne. Nicht da. So ein schön neues, frisches Feld hier einfach. Präparatur läuft. Präparatur läuft. Jawohl, klar. Wird gebaut. Ja? Ja, selbstverständlich. Geldmittel unzureichend. Jawohl, klar. Recher auf. Vielleicht ist es aber auch nicht gebraucht. Ja? Aber immer ein bisschen. Warum haben sie nämlich einfach Command & Conquer 1 fortgeführt? Ja? Verstehe ich nicht. Not GDI, super geil. Es gab ja ein paar Teile. Aber ich meine, die wurden immer, die waren immer sehr anders. Also alle GDI und Not-Teile sind gut. Bis auf der letzte, der wirklich von GDI, äh, von, von EA Games kam, der war schrott. So weit ich weiß. Nein, was habe ich hier gelandet? Das war zu weit unten. Na egal. Jetzt habe ich einen wieder unten hingesetzt. War jetzt dämlich. Machen wir noch einen. Höhöhöhö. Ja wohl, Sir. Was soll's. Geht klar, Sir. Ich hatte immer gehofft, es kommt mal ein MMO raus, was ein Strategiespiel ist. Command & Conquer, MMO. Ja, alles dort halt viel länger. Aber es ist aber auch kein Schrott-Browser-Game, sondern genau in diese Engine und so. Aha. Egal. Ihr schafft das schon. Scheiße. Ja. Wie viele Sammler haben wir jetzt verloren? Jetzt haben wir noch vier. Sammelt alles weg. Los! Sammelwettrennen! In Ordnung. Komm, geh mal scouten. Jawohl, zahlen! Jawohl, zahlen! Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Soviel zum Thema scouten. Jawohl, zahlen! Reche auf! Na toll. Jawohl, zahlen! Reche auf! Einheit verloren. Jawohl, zahlen! Jawohl, zahlen! Jawohl, zahlen! In Ordnung. Mit was kommen die denn überhaupt immer angefahren? Jawohl, zahlen! Reche auf! Jawohl, zahlen! Reche auf! In Ordnung! Einheit verloren. Einheit verloren. Aha. Jawohl, zahlen! In Ordnung! Jawohl, zahlen! Bestätigt! Okay, dann müssen wir den Übergang mal sichern. Wird gebaut. Gestoppt. Warte, ich will mal grad gucken, ob wir... Vielleicht schaffen wir es ja, ein mobiles Baufahrzeug nochmal zu bauen. Vielleicht kriegen wir es ja. Guck mal, wir haben nämlich auch keine Notz-Hubschrauber. Die haben nämlich auch Hubschrauber. Aber dieses Ziel haben wir nicht bekommen. Es gibt eine Mission mit denen. Aber die haben wir nicht gemacht. Konstruktion fertig. Nee, gibt's nicht. Ach, komm, auch noch mal ein paar Not-Mods. Das sind auch die Türme. Ich will mal gern oben rum gucken, was da ist. Okay, da können wir auf jeden Fall durch. Dann können wir das Hauptgebäude wegmachen. Ach, guck mal, eine Ionkanone kam nochmal. Niemals! Niemals sind sie unzureichend. Verstärkungen sind einbegriffen. Aha! Niemals sind sie unzureichend. Niemals sind sie unzureichend. Jawohl! Recher auf! In Ordnung! Jawohl! In Ordnung! Jawohl! Recher auf! Verstärkungen sind einbegriffen. Wird gebaut. Jawohl! Bestätigt! Jawohl! Der ist echt auf meinen Sammler. Das gibt's doch nicht. Reparatur Luft. Wenn ich jetzt gleich angreife, kommen die da alle. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Reparatur Luft. Ich verkaufe mal uns ein Laser. Tut mir leid, so cool er ist, aber wir brauchen wir hier gerade nicht in der Mission. Jawohl! In Ordnung! Schon dabei! Jawohl! Wird gebaut. Recher auf! Konstruktion fertig. Jawohl! Wird gebaut. Konstruktion fertig. Verschleifung im Hintergrund. Jawohl! Ich glaube, das reicht. Recher auf! Hm... Ich mag... Ich mag die. So, jetzt geht's hier los. Jetzt kommen die Lappen. Jawohl! Recher auf! Oh, Sonnen, ihr feines! Jawohl! Recher auf! Jawohl! Beschleif dich! Ja, wohl, Sonnen! Jawohl! Beschleif dich! Eine kleine Vorspeise für die Nord-Truppen. Jawohl, Sonnen! Jawohl, Sonnen! Jawohl, Sonnen! Jawohl, Sonnen! Jawohl, Sonnen! Jawohl, Sonnen! Beschleif dich! Das machen wir mal wieder ein bisschen langsamer, weil so kann ich die Basis nicht angreifen. Drei Panzer. Puh, es wird schon ... Aha, sehr gut. Wir probieren es schon mal, los geht's. Recher auf! Jawohl! Recher auf! Jawohl! Schon dabei! Jawohl! Einheit verloren. Recher auf! Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Jawohl, Sir! 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 último Notame Klaus und beating variable Drinsen von Plьяner Was schafft man es hier mit dem Laser noch? Komm schon, komm schon, komm schon. Los geht's. Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Lazy. Weg damit. Geldmittel unzureichend. Konstruktion fertig. Jawohl, in Ordnung. Ich hab jetzt irgendwie Forschung bekommen oder so. Das ist ein Kommando. Einheit verloren. Wird gebaut. Bestätigt. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja. Na. Mischen zum ... Mist, ich dachte, das würde reichen. Das ist die Ohrenkanone. Dann habe ich gewonnen, ne? Zu die Heidenbäume, der rüber ist. Jawohl, start! Unsere Basis für die Begriffe, Konstruktion, Einsatzziel erreicht. Och, schade. Hat gerade Spaß gemacht. Und was, ich verstehe mal nicht, was hat das jetzt zu bedeuten? Das war ein AVEX, ne? So ein Aufklärungsflugzeug. Aber was hatte das jetzt damit zu tun? Damit. Ich glaube, die Videos sind auf einen ganz anderen Grundstein gebaut worden, als auf das Spiel, was wir hier spielen. So kommt mir das vor, weißt du? Egal, zur nächsten Mission, liebe Leute. Nächste Folge, nächste Mission, letzte Mission wahrscheinlich. Also bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.